Hallo und Willkommen zurück. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Oberkörper von dem Hasen häkeln könnt. Um den Häkelvorgang beim Bein zu beenden, ziehe ich den Faden durch die Schlaufe. Das mache ich jedoch nur bei einem Bein. So, als nächstes möchte ich die Beine miteinander verbinden. Damit ich den Abstand zwischen den Beinen erhalte, häkle ich drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Achtet darauf, dass die unschönen Seiten am Ende der Beine in die gleiche Richtung schauen. Das wird später nämlich die Rückseite vom Hasen. Ich steche in die Masche des gegenüberliegenden Beins ein und häkle hier eine feste Masche. Nun sind die Beine miteinander verbunden und jetzt müsst ihr eine Runde nur feste Maschen häkeln. Also in jede Masche kommt eine feste Masche. Häkelt fürs erste so weit, bis ihr zu den drei Luftmaschen kommt. Auch bei den Luftmaschen sollt ihr drei feste Maschen häkeln. Hierfür nehmt ihr aber immer nur eine Schlaufe der Luftmasche. Also ihr sollt immer nur in den einen vorderen Faden mit der Häkelnadel einstechen und dann eine Luftmasche häkeln. Im Anschluss daran häkelt ihr wieder ganz normale feste Maschen, bis ihr wieder zu diesem Zwischenraum kommt. So, nun bin ich wieder bei diesem Zwischenraum angelangt. Ich nehme nun die andere Schlaufe der Luftmasche, also in dem Fall sozusagen die hintere Schlaufe, den hinteren Faden, steche in diesen ein und häkle auch hier eine feste Masche. Ich steche in die Masche von unten nach oben ein, hole den Faden und häkle eine feste Masche. Dann eine zweite feste Masche, noch einmal eine zweite feste Masche und eine dritte feste Masche. Achtet darauf, dass wirklich nur ein Faden auf eurer Häkelnadel dann aufgenommen wird. Gut, das wäre nun geschafft. Ich habe einmal eine Runde rundherum gehäkelt. Nun bin ich am Anfang der nächsten Runde. Bevor ich aber nun weiter häkle, werde ich noch den Faden am gegenüberliegenden Bein vernähen. Ihr wisst nun ja schon wie das geht. Also bitte den Faden vernähen und dann wird weiter gehäkelt. Ich markiere nun den Anfang meiner Runde wieder mit meinem pinken Faden, mit meinem Orientierungsfaden. Als nächstes muss ich nun 7 Runden feste Maschen häkeln. Also in jede Masche kommt eine feste Masche. Gut, nun habe ich 7 Reihen feste Maschen gehäkelt, bin jetzt wieder am Reihenanfang und nun wird wieder das Bündchen der Hose gehäkelt. Das kennt ihr ja schon vom Hosenbeinende. Gut, fürs Erste lege ich wieder meinen Orientierungsfaden an den Anfang und nun müsst ihr wieder darauf achten, dass ihr bei der Masche in die vordere Schlaufe einsticht, also nur in den vorderen Faden. Da stecht ihr mit der Häkelnadel ein, holt euch den Faden und häkelt wieder eine feste Masche. Achtet dabei wieder darauf, dass ihr von unten nach oben in die vordere Schlaufe einstecht. Es kommt jetzt wieder in jede Masche nur eine feste Masche hinein und das eine ganze Runde lang. Gut, eine Runde habe ich gehäkelt und jetzt findet ein Farbenwechsel statt. Die Hose ist jetzt nämlich fertig gehäkelt und nun nehmen wir wieder die Farbe vom Körper des Hasen. Hier diese Linie, diese Art Linie sind die hinteren Schlaufen der Masche. Wir haben ja zuvor immer in die vordere Schlaufe der Masche eingestochen, jetzt müssen wir in die hintere Schlaufe einstechen. Also stecht in die hintere Schlaufe der Masche ein, nehmt nun den neuen Faden und zieht ihn durch zu einer festen Masche. Gut, wenn ihr das habt, dann zieht noch einmal an dem blauen Faden, sodass das gut fixiert ist. Gut, und für die nächste Runde steche ich immer in die hintere Schlaufe der Masche ein und häkle eine feste Masche. Also immer nur eine feste Masche in jede Masche. Wie gesagt, immer von unten nach oben in die Schlaufe einstechen, den Faden holen und eine feste Masche häkeln. Das macht ihr eine ganze Runde lang. Nun bin ich am Ende der Runde angelangt. Wenn ihr nun eure Häkelarbeit begutachtet, werdet ihr erkennen, dass ihr hier ein schönes Bündchen der Hose erkennen könnt. Es ist wirklich ein schöner Übergang zum Körper des Hasen. Die unteren Fäden schneide ich nun ab und werde diese vernähen. Nun werde ich Füllwatte in die Beine stopfen. Ich mache das bereits jetzt, da man später nur noch schwer dazu kommt. Ich stopfe die Watte in jedes Bein. Ich nehme mir auch noch einen Kugelschreiber zur Hilfe, um die Watte nach unten zu drücken. Gut, die Beine wurden nun mit Füllwatte befüllt. Jetzt wird weiter gehäkelt. Ich lege meinen Orientierungsfaden wieder zum runden Anfang. In dieser Runde werden auch Abnahmen gemacht. Ich werde euch gleich zeigen, wie das geht. In dieser Runde häkeln wir immer 5 feste Maschen. Und die 6. und die 7. Masche werden zusammen gehäkelt. Also, zunächst einmal in die erste Masche eine feste Masche. 1 2 3 4 5 Und die 6. und 7. Masche werden zusammen gehäkelt. Dafür gehe ich in die 6. Masche hinein, hole mir den Faden. Steche in die 7. Masche ein, hole wieder den Faden. Und nun habe ich 3 Schlaufen auf der Häkelnadel. Ich nehme den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Jetzt ist eine Abnahme erfolgt. Es geht wieder weiter mit 5 festen Maschen. 1 2 3 4 5 Und die 6. und 7. Masche werden wieder zusammen gehäkelt. Also, es erfolgt eine Abnahme. Ich erkläre es noch einmal kurz. In die 6. Masche einstechen, den Faden holen. In die 7. Masche einstechen, den Faden holen. Und dann durch alle 3 Schlaufen den Faden durchziehen. Es folgen wieder 5 feste Maschen. Und die 6. und 7. Masche werden wieder zusammen gehäkelt. Dieses Wechselspiel von 5 festen Maschen und einer Abnahme, also die 6. und 7. Masche zusammen häkeln, setzt ihr nun fort bis zum Reihenende. Die Runde habe ich nun fertig gehäkelt, ich bin wieder am Ende angelangt. Ich nehme wieder meinen Orientierungsfaden und setze ihn an den Anfang der Runde. Auch in dieser Runde erfolgt eine Abnahme. Jetzt häkeln wir aber 4 feste Maschen. Also, 1, 2, 3, 4 und die 5. und die 6. Masche werden zusammen gehäkelt. Es erfolgt also eine Abnahme. So, wiederum 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und die 5. und die 6. Masche werden zusammen gehäkelt. Ihr müsst darauf achten, dass wieder 3 Schlaufen auf eurer Häkelnadel sind. Und den Faden müsst ihr durch alle 3 Schlaufen durchziehen. 4 feste Maschen. Danach wieder die 5. und 6. Masche zusammen häkeln. Und das macht ihr wieder bis zum Reihenende. So, nun bin ich am Ende der Runde angelangt. Und nun für die nächsten 3 Runden häkeln wir nur feste Maschen ohne Abnahme. Also 3 Runden nur feste Maschen. In jede Masche eine feste Masche. Ich habe jetzt 3 Runden feste Maschen gehäkelt. Und jetzt in der nächsten Runde müssen wir wieder eine Abnahme machen. Jetzt ist es so, dass wir 3 feste Maschen häkeln und die 4. und 5. Masche häkeln wir zusammen. Also eine feste Masche, 2, 3 und jetzt die 4. Faden holen, 5. Faden holen häkeln wir zusammen. Also eine Abnahme. Wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, 3 feste Maschen und die 4. und 5. Masche häkeln wir zusammen. Das macht ihr jetzt wieder bis zum Reihenende. Immer 3 feste Maschen und die 4. und 5. Masche werden zusammen gehäkelt. Bis zum Reihenende. Ich bin nun am Reihenende angelangt. Nun häkeln wir 2 Runden lang feste Maschen ohne Abnahme. In jede Masche eine feste Masche. 2 Runden lang. Nun habe ich 2 Reihen feste Maschen gehäkelt. Jetzt erfolgt wieder eine Abnahme. Ihr müsst nun 2 feste Maschen häkeln und die 3. und die 4. werden zusammen gehäkelt. Also eine feste Masche, 2 feste Maschen und die 3. und die 4. werden zusammen gehäkelt. Also eine Abnahme. Nun wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen und die 3. und die 4. werden zusammen gehäkelt. Eine Abnahme. Das macht ihr jetzt wieder bis zum Reihenende. Also immer 2 feste Maschen, dann eine Abnahme. 2 feste Maschen, 3. und 4. werden zusammen gehäkelt. Bis zum Reihenende. Ich bin wieder am Ende der Runde angelangt. Und nun müssen wir nur noch 3 Runden feste Maschen ohne Abnahme häkeln. Und dann ist der Oberkörper fertig gehäkelt. Also wieder in jede Masche eine feste Masche häkeln für 3 Runden. Ich habe die 3 Runden feste Maschen fertig gehäkelt. Der Oberkörper ist nun fertig und dieser wird jetzt noch mit Füllwatte befüllt. Ich habe nun den Oberkörper des Hasen fertig befüllt. Hey, ihr habt schon einen großen Teil des Hasen geschafft. Im dritten Teil zeige ich euch, wie ihr den Kopf des Hasen häkeln könnt. Also, bis gleich.